Moin! Du sagst, Konto nach der Sparerbank wechseln? Was soll der Schild? Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, wer braucht schon ein Konto plus Karte ohne Gebühren, ohne Mindesteinlage, weniger als in eine klare Ochsenschwanzsuppe und ohne dafür zu blechen? Das braucht doch kein Schwein. Und der will schon kostenlos Bargeld am Automaten oder in über 3000 Rebemärkten abheben. Nee, braucht alles keine Sau. Außer du vielleicht. Weil du jetzt noch dafür zahlst. Aber eben nicht, wenn du zur Sparerbank wechselst mit deinem Konto. So sieht das aus.